Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Sehr geehrte Zuschauer, dann kommen wir zur Pressekonferenz am 10. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg mit der Partie 1. CFA Pforzheim gegen den TSV Ilshofen. Ich begrüße hier bei mir den Trainer unserer Gäste, Ralf Kettemann, und für unser Team Alexander Freigang. Und möchte auch gleich mit den Zahlen starten. In der 32. Minute haben wir gesehen das 0 zu 1 Foul-Elfmeter, eben durch den Spielertrainer Ralf Kettemann. Nur drei Minuten später ein nicht verwandelter Foul-Elfmeter auf unserer Seite, der vergeben wurde. Und schließlich das 0 zu 2, der Endstand in der 89. Minute erneut durch Ralf Kettemann. Herr Kettemann, Sie haben heute Ihre zwei ersten Saisontore erzielt. Ich denke mal, aus Ihrer Sicht, sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Haben Sie damit gerechnet? Sehen Sie das Ergebnis als fair, als in Ordnung? Aus Ihrer Sicht sicherlich. Aber ich denke mal, die Heimmannschaft der 1. CFA hat doch deutlich mehr Spielanteile gehabt. Woran lag es aus Ihrer Sicht, dass Sie heute trotzdem drei Punkte mitnehmen? Ja, grüß Gott, Herr Schmal. Zusammen, ja, woran lag es? Also ich sage mal, mehr Spielanteile, Sie haben sicherlich die zweite Halbzeit im Kopf. Aber ich muss sagen, wir haben uns in der ersten Halbzeit, meiner Meinung nach, hatten wir mehr Spielanteile, sind viel vor die Abwehrkette vom Gegner gekommen, haben da guten Fußball gespielt, haben einen Pfostenschuss, so ein, zwei Halbchancen uns erspielt. Da waren wir spielerisch gut, das haben wir gut gemacht, hatten dann vielleicht auch ein bisschen Glück mit dem Elfmeter, dass es nach innen verlegt wird. Ich kann nicht genau sagen, wo es war. Letztendlich war das natürlich wichtig. Wir haben jetzt gemerkt, in dieser Oberliga, wenn man mal 1-0 führt, das ist einfach Gold wert, ganz wichtige Nummer. Haben dann natürlich mega Glück, beziehungsweise in irgendeiner Form können, von unserem Torwart, der dann den Elfmeter hält. Wenn dann direkt wieder 1-1 steht, dann wird es blöd für uns. Ja, so Nackenschläge tun uns nicht gut, da sind wir nicht gut genug. Haben wir in den letzten Wochen so, haben wir gemerkt, dass wir da, da fehlt einfach uns die Qualität und noch die Routine einfach. Ja, und dann die zweite Halbzeit war von uns jetzt nicht so extrem gewollt, dass Pforzheim das Spiel macht. Aber wir haben es in Kauf genommen, dass Pforzheim Ballbesitz hat und auch mal ein paar Flanken reinschlägt. Aber ich habe jetzt, ich müsste lügen, als Spieler drin ist es immer schwierig, aber ich habe jetzt nicht viele klare Torchancen für Pforzheim in der zweiten Halbzeit gesehen. Also, dass man irgendwie eins gegen eins auf den Torwart geht oder so. Ja, von dem her sicherlich irgendwie glücklich, weil man den Elfmeter halten, weil Pforzheim vielleicht auch ein bisschen mehr Spielanteile hatte. Aber, um ehrlich zu sein, in unserer Situation ist es eigentlich wurscht, weil wir müssen einfach schauen, dass wir Punkte einsammeln, wie es nur geht. Und von dem her war es, glaube ich, ich bin sehr zufrieden mit meinen Jungs. Also war nicht nur ein glücklicher Sieg, glaube ich. Ja, vielen Dank, Ralf Kettemann. Alex, ich denke mal, am Bemühen lag es heute nicht. Aber wir haben es gerade eben schon gehört, es war keine zwingende Aktion, vor allem oder kaum eine zwingende Aktion, vor allem in der zweiten Halbzeit. Viele Bälle zu ungenau, Abschluss nicht richtig. Woran lag es heute, Alex? Ja, erstmal Glückwunsch, Ekelshofen, für den Ausratssieg. Ja, in der ersten Halbzeit, so die ersten 20, 25 Minuten nach meinem Eindruck, war es für uns wahnsinnig schwer, in das Spiel reinzukommen. Wir haben versucht, aber irgendwie haben wir das richtige Mittel nicht gefunden, um hier auch vorne einen richtig guten Ball reinzuspielen, um mal eine gute Torchance zu erarbeiten. Dann kommt der Elfmeter, der jetzt aus meiner Sicht, wenn überhaupt, außerhalb war. Aber ich glaube, man muss nicht streiten, ob das außerhalb oder innerhalb war, sondern es war definitiv kein Foulspiel. Kommt gerade mal ein Rückstand. Habe dann relativ schnell die Möglichkeit, da auszugleichen. Wir verwandeln leider den Elfmeter nicht. Das zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison, dass wir die Chance gerade so in diesen Spielen nicht machen. Nach der Halbzeit haben wir versucht, natürlich, uns Chancen zu erarbeiten. Aber es ist natürlich dann auch schwierig gegen einen sehr kompakten und wirklich auch guten Gegner, hier uns auch eine zweite Halbzeit-Torchance zu erarbeiten. Das waren zwei der drei, die man jetzt als Chance nennen kann, dass wir dann noch das 2-0 kriegen. Ja, das ist da im Lauf des Spiels. Ich bin, ja, ich würde am liebsten nicht hier sitzen. Auch klar, es gab gerade Aussprache in der Kabine. Ich hoffe, dass wir jetzt das wegstecken können und dass wir nach vorne schauen können. Ja, vielen Dank, Alex. Ich möchte vielleicht an der Stelle ergänzen, wir haben uns das Ganze angeschaut im Video. Die Situation war tatsächlich innerhalb des Strafraums. Ob es ein Faul war, haben wir so genau auch nicht gesehen. Aber tatsächlich war es innerhalb des Strafraums. Ja, vielen Dank, Alex. Dann darf ich das Wort an die Pressevertreter weitergeben. Ja, Sie haben gesagt, Sie säßen am liebsten nicht hier. Das ist genau die Frage eigentlich. Es ist in der Kabine was passiert. Was können Sie dazu sagen? Also, ich würde nicht gerne darauf antworten. Wir haben wenig mitbekommen, aber das ist jetzt erstmal eine interne Angelegenheit, die wir intern klären und dann wird die Presse und die Öffentlichkeit erfahren, was tatsächlich passiert ist. Trotzdem wäre es mal interessant zu hören oder zu wissen, wie die Mannschaft darauf reagiert hat in der Kabine, auf den ganzen Vorfall, egal jetzt, was passiert ist. Aber für die Mannschaft war das wahrscheinlich auch schwierig, das Ganze jetzt zu verkraften, dann wieder rauszugehen auf den Platz. Natürlich, das ist vollkommen klar. Jeder ist da in der Kabine perplex, dass sowas vorfällt. Da ist jeder ein bisschen in Schockstarre. Der Fadi hat versucht, natürlich in der Halbzeit das von der Mannschaft wegzunehmen, aber jeder Spieler hat das natürlich drin. Ich glaube, am liebsten wäre die Mannschaft gar nicht mehr rausgekommen in der Halbzeit zum Weiterspielen. Das muss man wirklich an der Stelle klar sagen. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch bei den beiden Trainern für ihr Kommen. Unseren Gästen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Alles Gute für die weitere Saison mit dem Ziel Klassenerhalt, denke ich mal. Und wir sehen uns in der Rückrunde wieder. Wir sehen uns in zwei Wochen zum nächsten Heimspiel wieder. Wenn Sie möchten, noch ein schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf seleb-gmbh.de